Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda. Schön, dass ihr da seid. Mein Ziel ist es immer, dass ihr besser Schachspielen lernt bei mir und deswegen habe ich hier diese Serie gestartet, die Strategieaufgabenserie, die sich mit dem Thema Plan und Strategie befasst. Das sind die schwierigsten Themen im Schach und was wir hier machen werden, wir werden zusammen Aufgaben aus dem Buch, ich blende es euch ein, Mastering Chess Strategy von Johan Helsten bearbeiten. Da sind wirklich Strategieaufgaben drin, immer eine Stellung und dazu eine Fragestellung. Keine Taktikaufgaben, das ist eben nur unterschiedlich, sondern da geht es um Plan und Strategie. Niveaumäßig ist immer sehr schwierig einzuschätzen, aber ich würde sagen, 1300 ist vielleicht noch ein bisschen, Anfänger ist noch ein bisschen hart, aber so vielleicht mit 1400, 1500 richtige DWZ kann man auf jeden Fall damit arbeiten. Denn einiges wird noch zu schwer sein, spätestens mit 1600, 1700, 1800 kann man da sicherlich viel draus ziehen und wenn man eine Sache sagt, das ist mir zu schwer, dann macht man halt andere Kapitel. Da gibt es genug, wo man was draus ziehen kann. Wir machen das jetzt zusammen. Ganz wichtig, eure erste Aufgabe ist, dass ihr selbst diese Stellung aufbaut und entweder am Computer oder meine Empfehlung am echten Brett, um maximalen Trainingseffekt zu erzielen. Ansonsten wird Folgendes passieren, ihr werdet gleich mal eine Lösung sehen und immer nur abnicken, aber das hilft nicht. Der richtige Lerneffekt tritt dann auf, wenn ihr euch mit euren eigenen Gedanken auseinandersetzt und das dann vergleicht mit der Lösung, um zu erkennen, wo vielleicht eure Gedanken noch falsch sind oder wo ihr vielleicht noch Dinge falsch einschätzt. Ich werde das Ganze jetzt auch live machen. Ich habe diese Stellung noch nie vorher gesehen, ich habe sie gerade aufgebaut und ich werde das mit euch jetzt hier live machen. Ich werde live meine Gedanken teilen und es geht jetzt gar nicht darum, natürlich ist es schön, wenn man eine Lösung findet, die der Computer und das Buch auch schön finden, aber es ist tatsächlich auch schön, wenn man eine falsche Lösung findet, weil das bietet Potenzial zur Verbesserung. Weil da, wo man Dinge falsch sieht, hat man eine Chance zu lernen, das vielleicht besser zu machen. Also, normalerweise lautet die Aufgabe, suche einen Plan und einen Zug. Hier gibt es eine ganz konkrete Fragestellung. Bewertet die Option Springer, ich gucke nochmal ganz kurz rein, dass ich es auch richtig mache, Springer E5 und Springer E4. Schwarz hat jetzt zwei Züge, die uns hier schon vorgegeben werden und wir sollen das mal einschätzen. Jetzt ist eure Chance, das Video, wie gesagt, anzuhalten und euch eure eigenen Gedanken zu machen. Ja, das ist die Fragestellung. Springer E5 oder Springer E4, versucht es mal zu bewerten, die beiden Züge. Also, haltet das Video an, jetzt ist eure Chance, weil ich werde jetzt meine Gedanken dazu erzählen. Als erstes gucke ich mir ganz kurz mal die Stellung an. Sieben Bauern, sieben Bauern, ein Figurenpaar ist getauscht, weiß hat das Läuferpaar, schwarz hat dafür das Springerpaar. Ja, sonst ist nicht so viel los, schwarz steht hier in der E-Linie ganz gut, verdoppelt. Und der Läufer ist hier so ein bisschen eingesperrt, okay, um den muss ich sicherlich schwarz irgendwann mal kümmern. Aber wir sollen uns jetzt ja Gedanken über diese Züge machen. Springer E4, was macht Springer E4? Springer E4 ist natürlich der große Unterschied, dass Springer E4 mal was tauscht. Springer E4 bietet weiß die Option an, alles abzutauschen. Während Springer E5 natürlich überhaupt nicht konkret ist. Springer E5 ist halt ein, danach geht es irgendwie weiter, dann muss Weiß einen Zug machen. Und Springer E4 ist halt was Konkretes und deswegen würde ich als erstes mich mit Springer E4 befassen. Weil der ist ganz klar konkret, der bietet diesen Abtausch und den muss ich jetzt einschätzen. Was ist los, wenn ihr tauscht, 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 tauscht? Dann nimmt mein Turm hier, dann kann Weiß sicherlich den Turm einfach angreifen. Läufer D3 vielleicht, dann Läufer aktivieren, dann muss der Turm wieder zurück. Und, ja, dann vielleicht einen Turm auch in die Mitte stellen. Und dann diese Stellung mit dem Läuferpaarspiel, was ja tendenziell nicht verkehrt ist, das Läuferpaar. Allerdings ist es natürlich auch so, wir haben ein bisschen weniger Raum. Wir haben ein bisschen weniger Raum, das sehen wir. Unsere Figuren stehen sich so ein bisschen im Weg. Und aus dieser Überlegung heißt es normalerweise, wenn man wenig Raum hat, sollte man tendenziell versuchen, Figuren zu tauschen, damit man nicht so viele Figuren hat auf diesem engen Raum. Dann ist es nicht so schlimm, dann stehen die sich nicht im Weg. Wir haben ja schon Gott sei Dank einige tauscht. Stell dir mal vor, wir hätten hier noch einen Läufer oder so, die hätten gar keinen Platz, die Figuren. Die Springer, es geht schon halbwegs, aber, ja, das würde schon noch ein bisschen Platz schaffen, dass der andere Springer vielleicht auch in dieser, oder in diese Richtung nachkommen kann. Ähm, also so, 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 so und so. Und wenn dann der Läufer, dann können wir vielleicht auch, Entschuldigung, mit dem Turm auf die siebte Reihe zurück. Und können danach schon die Turme verdoppeln. Dann den Springer nach hier hinstellen. Den Läufer vielleicht wieder so aktivieren. Und alle unsere Figuren kriegen eine gewisse Aktivität. Deswegen, so schlecht gefällt mir diese, auf den ersten Blick, diese Option nicht. Die Sache ist natürlich, Weiß muss ja auch gar nicht tauschen. Auf Springer E4 muss Weiß auch nicht tauschen. Weiß kann auch sagen, er spielt sowas wie Läufer F3 oder Läufer D3. Vielleicht spielt er Läufer D3 und macht einfach Druck auf diesen Springer. Sollten wir jetzt dann da tauschen, dann nimmt die Dame wieder. Und, naja, diese Läufer werden schon, können auch schon unangenehm werden. Weiß aktiviert eigentlich seine Figuren alle so ein bisschen. Die Dame auf C3 steht sicherlich ein bisschen besser. Der Läufer auf D3 steht dann ein bisschen besser. Er räumt die E-Linie. Also, wenn wir jetzt Springer E4 spielen, nur damit wir ihn dann da tauschen, um eine Figur loszuwerden, wäre meine erste Intuition, na, würde ich nicht machen. Was ist mit Springer E5? Das Problem, was ich bei Springer E5 dann allerdings sehe, ist, ich weiß nicht so genau, wie es weitergeht. Es ist mir nicht gut. Soll ein Springer nach G4 gehen, um diesen Läufer anzugreifen? Ich glaube nicht, der Läufer kann sowieso nach da. Soll der Springer vielleicht mal, ähm, vielleicht will ich mal sowas, weiß ich nicht, ob ich sowas wie B-Wirm spielen will, um gegen, um das irgendwie aufzusprengen und Richtung D5 zu gehen, glaube ich nicht. Gegen das Läuferpaar will man eigentlich die Stellung nicht öffnen. will der Springer nach G6 und dann vielleicht nach, weiß ich nicht genau, wo der hin möchte. Ähm, ja, und das ist mal hier eine Stellung, wo ich auch selbst sage, finde ich schwierig. Finde ich enorm schwierig, das genau einzuschätzen. Ähm, so, so, was kann man noch? Man kann natürlich auch versuchen, den mit F5 zu decken, aber der wird dann mit F3 vertrieben und so. Also ich, da ich das Gefühl habe, dass nach dem, die, wir haben zwar ein bisschen weniger Raum, aber, ja, nach dem aktivieren sich die weißen Figuren, aber gut, der Springer kann trotzdem nach E5, dann kriege ich vielleicht auch den Läufer aktiviert. Aus der Überlegung macht es eben Sinn, die Figuren zu tauschen, ne? Aus der Überlegung, dass man weniger Raum hat. Ich würde mich hier trotzdem, für, ja, bei Springer, nach Springer E5 weiß ich, aber leider ehrlich gesagt nicht so, wie es weiter geht. Und ich sehe nämlich gerade noch ein Argument. Das fällt mir jetzt ein bisschen ein, nach längerer Überlegung, dass ich ehrlich gesagt nicht weiß, was dieser Springer überhaupt macht. Wo geht dieser Springer, also der Springer, wo soll der eigentlich hin? Der hat kaum gute Felder. Und aus der Sicht macht es auch doch schon Sinn, den abzutauschen, weil der Springer auf E5 sicherlich, der hat mehr Optionen über E5, finde ich. Und man steht da nicht mehr so gewuselt. Und deswegen bin ich mal gespannt auf die Auflösung und ich werde jetzt sicherlich auch was lernen dadurch. Entscheide ich mich doch, ja, entscheide mich jetzt doch für Springer E4. Das ist das Schwierige im Schach, man muss Entscheidungen treffen. Und manchmal ist es ganz schwer, wenn man selbst sagt, ja, der ist ganz gut und der ist ganz gut. Am Ende muss man halt doch eine Entscheidung treffen. Und ich entscheide mich deswegen für Springer E4, weil ich dann doch nicht mehr ganz so gedrückt stehe mit meinen Figuren, eine Figur entlaste und ich nicht sonst weiß, was dieser Springer macht. Das ist meine Antwort. Wir werfen den Computer an und die Buchlösung präsentiere ich jetzt. Und jetzt kommt der wichtigste Teil, dass wir uns auseinandersetzen damit. Wir setzen uns jetzt auseinander damit, was der Computer sagt. Und was das Buch sagt. Und das ist nicht immer unbedingt identisch. Weil das Buch geht mir auf die strategischen Aspekte ein. Der Computer sieht noch manchmal andere Dinge, noch irgendwie tiefer liegende taktische Dinge. Deswegen werden wir uns jetzt alles beides anschauen und unsere Lösungen damit vergleichen. Wir hatten ja hier Gott sei Dank nur zwei Züge zur Auswahl. Da können wir zumindest nicht mal nicht so ganz daneben liegen. Die Antwort, das ist eine Partie und das Buch sagt zum Beispiel Springer E4 und gibt dem Rufzeichen und sagt, wegen dem Raumnachteil versucht, schwarz Figuren abzutauschen. Und das Buch sagt zum Beispiel Springer E5 Fragezeichen. Der Computer sagt, ob nun Springer E5 oder Springer E4, schaut mal von der Bewertung, sagt der, ist mir eigentlich egal, kann man beides machen. Aber das ist, für einen Mensch ist das nicht egal. Für einen Mensch spielt sich eine Stellung nach einem Figurentausch ganz anders als für einen Computer. Das Buch sagt jetzt folgendes. Nach Springer E5, Turm A, E1, Läufer C8, Läufer D4, Läufer D7, F4, Springer G6 und jetzt sogar G4, will er sogar G4 spielen. Wow. Und jetzt sieht man nämlich genau das Problem mit dieser Figur mehr, die man hat. Also das Figurenpaar, was man nicht getauscht hat, dass hier auf einmal, die Springer stehen beide irgendwie ein bisschen im Wege rum. Die stehen und werden gleich angegriffen. Das Buch gibt noch, das Buch gibt noch ein, zwei andere Züge. Da mit D8 ist jetzt irgendwie schlecht. Dann kommt G5, Springer nach G4. Achso, das war die Partie. Ah, die Partie verlief so. Ah, jetzt sehe ich es. Das war die Partie. Man hätte Springer nach E4 ziehen sollen und jetzt wird dieser Springer hier einfach gleich abgeholt. Der hat kein Feld mehr. So ähnlich lief die Partie und man sieht einfach, Schwarz hat ein bisschen Probleme gehabt mit seinen vielen Figuren. Und deswegen sagt das Buch eben, der wäre besser gewesen. Springer E4. Zum Beispiel, wenn jetzt hier getauscht wird. So. 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 Und ich hatte ja den vorhin gesehen. Und ihr seht, das ist gar nicht so wild. Der Computer geht jetzt einfach zurück und sagt, also in so eine B3. Ich dachte, man spielt dann irgendwann D. Man stellt seinen Springer trotzdem hier hin. Und dann holt man am Ende irgendwann sicherlich, dachte ich, diesen Läufer mal zurück in diese Richtung. Stellt den Tor mir noch in die Mitte und es ist nicht so ganz klar, wie es hier weitergehen soll. Und man sieht das hier auch. Der Computer sagt, ist ausgeglichen. Und was ziehen wir jetzt aus dieser Aufgabe? Für euch ist es jetzt wichtig, falls ihr nicht Springer E4 gewählt habt, eben diesen Aspekt, den ich euch gerade genannt habe, wenn ihr den nicht bedacht habt, mit dem Raumnachteil und mit dem Figuren tauschen, das mal mit in eure Überlegungen jetzt mit einzunehmen. Wenn ihr das nicht, ihr könnt dieser Springer E4 ist halt genau, wenn man diese Überlegungen nicht kennt oder nicht hat mit dem weniger Raum und mit dem Figuren tauscht, dann kommt man nicht drauf. Und das ist jetzt das Entscheidende, dass man was mitnimmt aus den Aufgaben und eine Lernsache. Es gibt Stellungen, es gibt manche konkrete Momente, wo man trotzdem vielleicht einen anderen Zug machen soll, als die Figuren zu tauschen. Aber im Grundsatz, es gibt halt diese Grundregeln und die stimmen halt meistens. Und deswegen lautet diese Grundregel, mit weniger Raum Figuren tauschen, weiß sollte das tendenziell vermeiden. Aber nach Springer E4 kann er das nicht vermeiden, weil der Springer steht da so gut. Man zieht natürlich jetzt nicht seinen Springer weg. Deswegen würde ich diese Figur abtauschen. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt durch diese Aufgabe. Ich auf jeden Fall. Auch wenn, wie gesagt, ich habe mich am Ende für Springer E4 entschieden, aber ich war ja, nicht so ganz, ich war im Zweifel. Und auch wie diese Partie gelaufen ist, hat mir nochmal schön gezeigt, wie unangenehm das ist mit diesen vielen Figuren, und wenn dieser Raum noch nach F4 und G4 wird dieser Raum noch kleiner, den man hat, und dann stehen die ja alle im Weg. Ich hoffe, euch hat, wie gesagt, die Aufgabe gut gefallen und ihr nehmt ein bisschen was mit. Lasst gerne einen Kommentar da und ich freue mich, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Macht's gut, euer Schachpanda. Ciao.